Todesschüsse halten, wie berichtet, Montagnachmittag durch den steirischen 1900-Seelenort St. Stephan-Obleoben. Der 52-Jährige steht im Verdacht, seine vor ihm flüchtende jüngere Ehefrau mit Schüssen im Garten regelrecht hingerichtet zu haben. Dann tötete sich der Mordverdächtigte selbst. Bei den Ermittlungen im ehemaligen Elternhaus des Todesschützen kamen pikante Details ans Licht. Ähnlich wie bei Fifty Shades of Grey hatte sich das Ehepaar offenbar mehrere Sadomaso-Räume eingerichtet. Dafür spricht auch, dass Nachbarn das Ehepaar de facto nicht gekannt haben. Das Haus war augenscheinlich nur ein geheimer Rückzugsort für spezielle Wünsche. Dass die 45-Jährige in dem Sexversteck offenbar auch einen anderen Liebhaber mitgenommen hatte, soll nun ihr Todesurteil gewesen sein. Denn das bekannte Detail dürfte sie ihrem Ehemann kurz vor der Bluttat gestanden haben. Die letzten düsteren Geheimnisse nimmt der 52-Jährige aber mit ins Grab. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelensorge unter der Telefonnummer 142.